Hä? Ich check's grad voll nicht. Achso, man kann da noch rüberspringen. Okay, dann... Ich geh mal aufs Floß. Sag einfach, wenn du da bist, dann kurbel ich hier mal ein bisschen. Mach mal. Boah, holy shit, dreht die langsam. Alter, die schläft gleich ein dabei. Hallo? Bitch, please. Drei Stunden später. Selbst Schuldschlampe, was kurbelst du auch so langsam? Das war grad ein Fest bei mir hier. Kann ich mir vorstellen. Stehst du wahrscheinlich und das Ding bewegt sich so mit einem Zentimeter pro Minute? Das war ziemlich super. Aber ich glaube, du solltest aufs Floß gehen. Achso, du musst dich erstmal hier hoch... Ah, ja, okay. In der Hoffnung, dass du schneller klettern kannst. So, es war aber vor allem auch völlig egal, ob ich das schnell oder langsam gemacht habe. Es war halt völlig egal. Sie war halt nur so, ach no, ich hab ja alle Zeit der Welt, ne? Ich bin nur noch jung. Ich mach' dann mal morgen weiter. Uh. Man muss halt anscheinend echt aufpassen, dass so nicht gefressen wird. Das ist nicht, wenn sich das zu langsam bewegt. Dafür gibt's ja Quick-Time-Events. Echt? Ich war leider zu... zu amüsiert von der Tatsache, dass sich das so mit einem Zentimeter pro Stunde bewegt hat. Ja, Alter, ich hab' doch gedrückt! Verkackt. Kriegen wir hin. Das ist ein bisschen anstrengend für den Daumen, aber... Ich bin Mario Party geübt von vor 20 Jahren noch. Aber jetzt steh' ich hier schon. Willst du nochmal? Äh, pfff, kann ich nicht machen. Das ist so großartig. Wie sie hier halt auch steht und man... Und wenn sich halt im Vordergrund nicht die Flamme normal bewegen würde, könnte man halt denken, sie macht hier halt Slow-Motion. Ach, jetzt... Jetzt sieht man das doch erst. Ich... Ja, okay. Fantastisch. Ich bemerke gerade, dass ich dich ja quasi direkt an mir vorbeiziehe. Ja. Ach, geil. Das ist so gut. Zwölf Jahre später. Total entspannt. Total entspannt an diesem Ding dreht. Das ist so gut. Ja, die könnte auch nebenbei noch Stullen schmieren. Also das wäre überhaupt kein Thema. So, weißt du, so im Vorbeifahren, wenn du hier bist, drückst du dir dann schnell so ein Brötchen in der Hand. Hier, aber nicht die Alligatoren füttern. Ich gebe mein Bestes. Hi, na? Hey. Oh, hi. Na, du auch hier? Drehst ne Runde? Ich dreh am Rad. Boah, Alter. Das ist so der unnötigste Quicktime-Event ever. Mir tut leider mein Kiefer vom Grinsen so weh. Wir haben es gleich geschafft. Wuhu. Ach du, ich hab Zeit, ne? Ich dreh auch noch ein bisschen. Ich mach noch eine Runde, ne? Oh, schade. Jetzt kann ich nicht weiter. Ah. Das war schön. So ein bisschen. Ich warte mal auf dich, wa? Oh Gott, ich hör irgendwas. Ach, das ist das Ding, was dich wieder zurückzieht. Ich war schon ein bisschen besorgt. That's what she said. Hey, da oben glinzt was. Tatsächlich. Oh, da oben glinzt auch was. Yeah. Meins. Oh, so hübsch hier. Oh, Cutscene. Beste Cutscene ever. Ich hab mehr erwartet. Ich hab das irgendwie auch länger im Kopf, aber... Hm. Ich sag nichts. Weißt du, ich find Gold und du findest ne Schlange. Naja. Aber du bist ne Frau. Natürlich find ich die Schlange. Und ich muss sagen, ich hatte sie größer im Kopf. Äh, beziehungsweise länger. Wie die Cutscene. Oh, First Aid Spray. Ich hab leider keinen Platz. Ich leider auch nicht. Ich, äh, könnte dafür ein Superspray rausgeben, aber nee. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Typ 3 Plagers Feldversuch. Seit dem ersten Feldversuch mit Typ 3 Plagers ist eine Woche vergangen und alle sind tot. Ende. Auch die Katze. Auch die Katze. Hier liegen Schattgarnschwerz, falls du welche brauchst. Was? Uh. Granate. Schön. Uh. Uh. Was denn? Hier ist ein Juwelenkäfer auf dem Ding. Oho. Das brennt ja gar nicht, wenn man drauf schießt. Ah! Schlange! Hey, ein, ein, noch ein Ei. Hm. Leider hat niemand von uns Platz. Oh doch, ich kann's mitnehmen. Ich hab meins einfach mal gegessen. Warum konnte ich das? Achso, weil ich, äh. Wie sie es einfach aufknackt und dran nippt, wie an so einem kleinen Cocktail. Schon ein bisschen widerlich. Ah, warte. Ach, das brauch ich. Ich hab eigentlich hier echt ne längere Cutscene im Kopf, aber vielleicht bin ich auch einfach nur dumm. Vielleicht kommt die auch noch. Das weiß man nicht. No shit, Sherlock. Sieht aus, als wären wir im Ölfeld angekommen. Nein! Sag doch nicht sowas. Ich hab mich geirrt. Das Spiel ist doch noch ein bisschen länger. Ich hab diesen Part leider vergessen. Ich dachte mir... Ja, ich dachte, das könnte man überspringen, aber anscheinend nicht. Uh. Shiny. Gut gesehen. Gibt's doch bestimmt noch was, oder? Oder? Das wäre so ein perfekter Ort, um hier noch irgendwo so ein Emblem zu verstecken, weil wir haben, glaube ich, in dem kompletten Spiel bisher zwei gefunden und... Ja, oder drei oder so. Bei 20 sollten wir mittlerweile sein. Ach, na ja. Na Gott, ich drücke mal die falsche Taste. Jetzt... Mach schon. Machen die hier eigentlich auch irgendwas, oder sind das immer nur Dudes, die an laufenden Maschinen irgendwas bewachen und sterben die ganze Zeit? Da kippt er um. Da kippt er um. So, ich glaube, das hier wird auch noch mal prekär, weil hier ist auch noch mal so ein Kettensägen-Dude. Oh Gott. Deswegen wäre es fast sinnig gewesen, hier echt noch mal die, ähm, Dings mitzunehmen. Au. Warte. Komm her, komm her. Ja, ja, bin schon dabei. Ain't nobody got time for that. Äh. 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 Ich bin mir grad nur halb sicher, was ich machen muss. Ich geh hier einfach mal die Treppe hoch. Ich hab das Gefühl, es hat mit diesem Dings hier zu tun. Okay. Jaau. Das war total uncool. Alter. Drecks-Explosives. Okay, wir müssen anscheinend, äh, Rohre zu machen. Ist hier oben noch eins? Ich glaube nicht. Ich laufe hier einfach ein bisschen panisch durch die Gegend, das kann ich ganz gut. Mach mal, ich, äh, ich schau derweil, dass ich hier irgendwie was reiße. So, das zweite Rohr ist zu. Es fehlt noch das letzte, worauf immer das ist. Ich zieh hier mal so'n Schalter. Okay. Oh Gott, ich hab den Kettensägen-Dude gefunden. Ja, und er ist halt direkt vor mir jetzt. Das tut mir ein bisschen leid. Oh, er ist ein bisschen nervig. Ich würd' ja... ...ne Granate schmeißen, aber dann gehst du, glaub' ich, mit drauf. Ja! Ja! Jawohl! Ich muss nicht meine Po-Backen nicht mehr so zusammenkneifen vor Spannung. Wuhu! So, komm' ich da irgendwie rüber? Ne, warte mal, ich kann ja... Ich mach' mal hier nen Move. Hey, du schwingst dich einfach über mich drüber! Und das ist der zweite! Fantastisch! Kann ich nachladen? Das wäre irgendwie cool. Okay. Sag mal Bescheid, wenn er zu mir hochkommt. Ich bin gerade relativ... Äh... Ne, geht so. Ich bin auch schon fertig mit Drehen. Ne, kriegen wir jetzt auch noch hin, hier. Wo ist er denn überhaupt? Ich seh' ihn überhaupt nicht. Ich hab' aber auch irgendwie kein großes Bedürfnis, da runter zu springen. Jetzt ist er weit hier da oben. Und jetzt hab' ich da... Oh. Das war entspannt. Ne? So kann's gehen. Alright. Oh, davon liegt noch was. Äh, ich hab' auch gleich noch Munition für dich. Wo bist du denn da? Warte. Äh, da, 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 da. Wirdeschön. Danke. So, wir müssen hier lang. Denn hier kommen wir jetzt durch. Und wir hören... Trouble. Ach was. Holy shit, können sie einfach bitte... Ich hab' jemanden explodiert geschlagen. Danke. Hat mir auch gar keinen Schaden gemacht oder so. Oh. Er wird mal jemanden so hart schlagen, dass er explodiert. Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist eigentlich schon so ne Comicfertigkeit. Das ist einfach nur so... Das muss man sagen. Das ist einfach nur ein bisschen schlagen. Das ist einfach nur ein bisschen zu sein. Josh? Sheva? Du bist hier? Du bist okay? Wie warst du hier? Wir waren in der Karte, wenn wir uns attacken. Und dann, wenn ich hier bin. Wo ist der Rest des Team? Shit! Es sind nur die drei von uns jetzt. Warum hast du nicht verliefst? Ich meine, wir sind nicht für sie. Ich habe ein Vergnügen. Der Hard Drive, mit dem Daten auf dem BAW-Experiment, hatte eine Bildung. Die Bildung war von einem Freund von Chris. Ein Freund? Ich werde nicht verlassen, bis ich Irving herausfinde, was hier passiert ist. Ich werde nicht verlassen, was hier passiert ist. Ich werde nicht verlassen. Ich werde nicht verlassen, was hier passiert ist. Oh, 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 oh. Hehehehehe. Okay, okay, okay. Mach mal, du bist voll gesund gerade. Ich hab auch von der Story her gerade nicht aufgepasst. Was passiert denn gerade? Es kam auch nicht so wirklich raus. Das war halt nur so, ja, ich bin hier übrigens irgendwie aufgetaucht und eigentlich, also er ist quasi das Delta-Team. Der Rest, der davon über ist. Oh. Das ist tragisch. Kann ich die Handkern-Muni haben? Ja, sehr schön. Fuck. Ach, scheiße. Kommt ihr? Er kommt nicht. Nein! Ah, das war total doof. Nein, nein, das war super. Mach das einfach nochmal. Aber ich kann das nicht nochmal machen. Hä? Hat der sich gerade einfach über uns durchgeschlichen oder sowas? Au! Hat der mich gerade gebroxt? Was ist denn hier los? Ach, da hinter uns ist so ein fetter Typ. Okay. Ja, dann lade ich doch erst nochmal in Ruhe nach. Und, äh, warte. Diese fünf Schuss waren total wichtig für mein Leben. Wird dir helfen, aber... Ja, ja, ich, äh, bin unterwegs. Ich falle mal in den Fahrstuhl. Oh, sie ist rein. So! Ich kotze mal kurz in den Fahrstuhl. Wow, spektakuliere Fahrt. Wenn wir nicht die Treppe nehmen können? Ja, ne? Oder einfach das Gerüst hochklettern. Ich treffe dich zuerst. So. Kapapapang. So die Mine will ich eigentlich nicht haben. Hi. Geh mal nach hier unten. Punch. Shit, das brauch ich gar nicht. Ja, fuck. Keine Munition mehr. Nee. Ernsthaft? Abgeschlossen. Brauch ich? Brauch ich? Weiß ich nicht. Das wird ein Schmerz im Arsch. Ernsthaft? Aber er hat total recht. Ah, this is gonna be a pain in the ars. Ja, nein. Einfach für nein. Schade, ich dachte, das Ding da drüben kann vielleicht explodieren. Aber warte mal, ich hab grad voll die gute Idee. Ah, jetzt schieß doch! Hi! Ah, ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Und ich hab mich hätten sehen, mein Tamir. Die Tür ist offen. Ich würde dich retten, aber ich kann grad nicht. Du musst, du musst, du musst. Ansonsten wird das nix. Danke. Tut mir leid. Da war ich, glaube ich, ein bisschen mit Schuld dran. Ich hab so fröhlich Granaten dahin geworfen. Ja, leider. Aber wir haben einen Goldring bekommen. Ich bin nicht das. Ich bin nicht das. Ich bin nicht das. Ich bin nicht das. Ja, ich bin nicht das. Erben versucht, ihn zu entdecken. Und er wird dieses Spiel vor. Du musst ihn nicht verraten, bevor es zu spät. Ich versuche, um hier zu finden. Okay. Wir gehen nach Irving. Gut, okay. Jetzt gibt es ein Tonkape. Das ist wahrscheinlich wo er sein wird. Copy das. Und Josh! Sei vorsichtig. Let's hurry. Okay. Ist Josh grad einfach wieder zurück gegangen? Ah ne, er ging durch die rote Tür. Ne, der geht nochmal zurück. Der hat seine Packung Kaugummis vergessen. Das würde ich ihm zutrauen eigentlich. Ich komm ja schon. Oh, jetzt wird's spannend. Das versprichst du mir immer und dann... Als ob ich dich jemals enttäuscht hätte. So, da geht's weiter. Weiß ich nicht. Irgendwo finden wir Zeug. Aber ich glaube, wie gesagt, da geht's weiter. Wir gehen hier lang. Und hinter der roten Tür verbirgt sich... Der Zonk. Die ist vorhin innen verriegelt. Bedauerlich. Ist das für dich? Ja, dann komm ich gleich nochmal vorbei. Wir müssen ja eh den Weg zurücklaufen. Also von daher... Echt? Müssen wir? Ja. Egal. Wenn ich schon mal hier bin. Ich dachte hier wäre irgendwas cooles. Aber hier ist nichts cooles. Das ist alles ein totaler Reinfall hier. Ich dachte auch die Hütte ist von innen zu. Ist ja echt nichts. Was ist denn das hier? Oder seh ich das schon wieder nicht? Weil ich... Ah, ne. Kann ich... komm ich... Kann ich irgendwie dieses Gitter hier kaputt machen? Weil irgendwie musste ich eigentlich in die Hütte reinkommen. Kann ich vielleicht aufs Dach klettern? Ne, da ist Stacheldraht. Hm. Irgendwas ist hier bestimmt tolles in der Hütte. Ich weiß nur nicht, wie man da reinkommt. Ich möchte halt... Ne, das bringt schon mal nix. Hä? Was soll da drin sein? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist da auch nichts drin. Aber es ist halt so... Es sieht nicht so aus, als ob da was drin wäre. Weil sonst würde man das durch das Fenster sehen können. Ich finde es einfach nur faszinierend, dass es halt nur einen Ausgang gibt und der ist von innen verriegelt. Das schrie so ein bisschen nach Secret. Ich finde das Ganze eh total dubios hier. Weil irgendwie man kann da lang und da ist halt komplett gar nichts. Außer irgendwie so drei krüppelige Items, die keiner braucht. Oh, warte. Hier ist noch was. Vielleicht. Synchronspringen. Hm, hm, hm. Ich glaube, hier geht's einfach weiter. Das nimmst du mal hier. Ne, nimm das mal mit. Dann nehm ich das. Kannst du mir gerne geben, aber ich hatte keinen Bock nochmal zurückzulaufen. Ich glaube, dann geb ich dir wieder alles. Und das ist irgendwie ein bisschen nicht so cool. Okay. Da ist er. Ich bin. 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 Oh, hi. Bin schon da. Ich bin. 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 Ich bin.